und damit herzlich willkommen zurück zu how to survive 2 der Krolli und der Chef sind wieder am still und dieses mal gibt's Kovac Herausforderungen damit wir endlich mal mit unserem camp vorankommen und ja mal schauen was uns da erwartet wir haben echt keinen plan von daher einfach mal rein wach angriff nummer eins was schützt du dein camp vor den Angriffswellen der Indizierten die vom Signal des Masks angezogen werden Robustheit des Campes voll ok wir haben alles klar verbleibende Zeit ja geht los Koli Junge weg mit dir hier Frieden wo wo sind die Gegner und das ganze Ding hier verteilt oh ein Hirsch ein Hirsch komm mal durch und ein Zombie die kommen ja von überall alles klar müssen wir kurz heilen alle ach die greifen den Master an oh Vorsicht da kommt ein Dicker komm her komm her oh mein Gott hier kommt eine Schildkröte Alter lass mal sterben Alter die Schildkröte alter oh ich geh da mal weiter der Angriffswellen ja ja ok Schildkröte auf die Schildkröte guck alter den Scheiß die machen keinen Schaden gar nicht oh ja ich mach dir gar keinen Schaden what the fuck oh ich lieg schon wieder deckt mich doch ja Schildkröte äh wir haben es bestanden keine Ahnung wie oh ja jetzt ist ihr Panzer kaputt drauf versuchst du dir mal ok nee jetzt bin ich tot aber jetzt hole ich sie mir wenn ich wieder da bin auf sie aber richtig uff ok äh können wir jetzt hier irgendwas leveln ich camp ja ich kann das camp wieder leveln äh was anderes C ja dann komm mal rein sehr schön dann was Stufe L so und jetzt müssen wir rein theoretisch auch uns selbst wieder leveln können oder ja können wir auch so ich bin jetzt Stufe 11 aber weiter geht's noch nicht so bin ich auch hm kann ich mir damit irgendwas anfangen nicht wirklich nee alles so Level 14 15 was ist das camp auf Stufe 12 leveln wenn das geht ja und dann auf Stufe 12 geht's ja neue Sachen hammer so dann müssen wir uns selbst noch mal auf Stufe 12 leveln so jetzt kann man rein theoretisch wieder Fähigkeiten lernen naja also ich zumindest naja kann ich mir überlegen was denn neun nisch eben auch nisch ah ja verringert die Ausgleichung der körperlichen Erschöpfung das heißt du machst dann immer noch genauso viel Schaden wenn du keine Ausdauer mehr hast zum Bleistift es gibt es gibt jetzt auch noch ich nehme ein paar mit erhöht die maximale Dauer des letzten Gefechts also ist wahrscheinlich wenn man liegt naja dann geht das länger das ist vielleicht auch nicht schlecht das level ich mal aber das ist jetzt auch nicht wirklich teuer und ja dann mache ich das auch noch mit der Reinkaufsar das kann ich mir auch gerade leisten zumindest ja ich habe auch Grad 1 geht immer wenn ich mich nicht irre können wir jetzt die nächste Herausforderung von dem Radio machen was unten bei Kovac ist aber wir könnten vielleicht auch erst mal vorher und dann ganz ach Campstufe 20 alter okay wir können den zweiten Eingriff noch gar nicht machen noch lange nicht reparieren guck dich mal um ob die Gebäude alle repariert werden müssen ist das hier nicht ist das hier auch nicht und wir sollten uns mal einen Ziegelstein suchen ok so gerät das Buch ist etwas mal zu empfangen ja genau unsere Mauer ist gut aber von hier oben kam wirklich nichts nix großartig ne also wir sollten uns wahrscheinlich das äh dann doch etwas mehr befestigen ja auf jeden Fall warte mal ob ich erst mal ich glaube ein Watt kommt aus Holz in so einem Scheiß dafür braucht man nur Holz und Holzbretter das ist vielleicht auch nicht ganz grundlegend verkehrt vielleicht noch ein bisschen Stuff ablegen kann so muss reparieren damit damit das ist ja noch gar nicht ich habe keine ahnung du kannst ja hier in dem ding wo ich gerade dran bin kannst du dir eine rüstung bauen mit einem schildkrötenpanzer und eine waldläufe heißt das ding problem ist du kannst mit der schildkrötenpanzer erst ab stufe 20 was anfangen ja euch doch ich denke so ja geil naja gut wollen wir mal da runter gehen und da noch die fress von dem jungen machen der radiostation sozusagen die stelle war gerade weg hat er denn jetzt kovac eigentlich auch meine sache ich frage ihn noch mal ja wir könnten jetzt wir könnten jetzt auch eine neue quest machen für kovac aber ich würde erstmal die stufe zwölfer fester machen hier unten wo ich bin ich stehe denn ja ja noch ja moni hallo und jetzt haben wir hier jetzt ja quatsch mal mit wach kapra karneval kapra karneval was kriegen wir dafür doch ganz cool aus weiß zwar noch nicht was wir damit anfangen wollen aber äh ich würde sagen machen wir mal oder äh noch am lesen er hat so viel zu sagen der junge mann schau mal drüben aha dann sind sie wieder näher die ah story egal einfach durch ran ich habe mich klatschen und zeug zusammen nein ich überfliege das ja schon so ist es nicht ach ja ja sieht wirklich nach karneval aus fällt aber gerade auf ich bin gerade am verdursten habe ich denn noch was zu trinken ja ein weißen tee sehr gut rein damit boah der macht einfach mal 90 prozent voll geil hinaus zu essen können irgendwas was schwer ist dritter fisch mit erbsen ach hier ich essen schönes großes ei so ehrlich habe ich alles ich spreche mit jack das wird nicht jack da ist jack da kommen wir runter gefallen junge ich will dich hauen ja gut bitte hier aber noch einen von deinen freunden voll hier hier in meinem haus sind schon sachen die wir mitnehmen sollen bringen die mal mit du bist im nachbarhaus ne ja ich bin oben in diesem haus da alter ja jetzt aber ich habe irgendwie das übung sollte es zu knacken sein arsch lecken für einschlagen und fertig ich komme jetzt mal drüber alter hat sich nicht befriedet ein befriedenes durchgepackt was darf ich dich wenigstens befrieden auch nicht da kommt ein specki das das wozu ein wies ach der hat schön einen nacken hauen da kommt ein speckiger Wir sollten wieder aufhören mit den Waffen zu schießen. Warum? Ja, aber das war jetzt nicht durch das mit dem Waffen schießen. Ich habe ja vorher noch nicht geschossen. Hier liegt irgendwas hier vorne. Stoff. Okay. Noch einmal bunten Stoff. Stoff. Das klingt ja schon wieder nach einer tollen Aufgabe, die wir hängen. Bestimmt so ein dicker im Clowns Kostüm. Ja, 100 pro. Und Achtung. Huni! Komm mit dir. Oh, noch ein Huni. Komm her! Oh, da hoch. Die hat es erledigt. Jo, Alter. Ich bin jetzt im übelsten Phantom-Hip. Oh, da unten ist wieder eine Meute. Da oben liegt erstmal noch das Zeug, was wir mitnehmen sollen. Unter Stoff? Okay. Ziehen sie uns auseinander. Ah! Ich kam nicht mehr zum Wegrennen. Weg mich nach! Ah! Ah! Easy! Gar kein Problem! Ich hab... Verarschen! Nichts mehr zum Heilen! Warte! Ich hab noch diesen belebenden Trank, aber das war's halt auch. Ähm... Gehen! Verheil dich erstmal. Schön! Herrlich! Schön! Herrlich! Soll ich? Jetzt gucken! Oh! Ich dachte, da kommt ein Zombie angeraten. Ich würde dich fast hauen, ey. Ah! Ja, mein guter. Aber... Aber... Boah, Alter! Wenn du einmal gestuckt bist in diesen scheiß Schlägen von den Viechern, ne? Ja, ja. Au! 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 Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Keinfach, ey. Hehehehe. Wenn ich solche Kraftausdrücke hier, junger Mann. Das ist die Scheiße, Alter. Ich fände das schon wieder aus. Und Frieden! Ach, ja. Dann wartet auch noch mal eine Meute. Wir haben doch jetzt nichts gemacht. Nichts geschossen und gar nichts. Und trotzdem kommen die. Hör doch mal auf, Peter! Ah! Entschuldigung! Schöne Kombi hier. Ach, Tierhaut. Komm, bleib. Bleib doch mal liegen! Guck mal. Ja, aber auch wieder. Lass uns versuchen, die Meute zu umgehen. Na, erstmal hier. Kollegen hier schnappen. So, Jungs. Warte mal, ja, unten geht's rein. Ah, da ist kein Ausrüst. So, bezeichnen. Also müssen wir da nicht hin. Frankweise. Aua! Richtiger Scheißbund, Alter. Und wir schleichen sich immer ganz schön an, ne? Obwohl, wir sollten vielleicht immer mal in so ein Haus reingucken. Weil wir brauchen ja doch. Und einen Stoff brauchen wir jetzt nicht. Aber vielleicht gibt's ja wieder was zu. Happy Happy und so. Toll. Toll. Ich hab ihn einfach durch die Tür erschlagen. Hier ist ein Funkgerät. Defekte Maske. Ja, äh. Was? Ich hab eine defekte Maske aufgenommen. Hä? Was ist das? Das Funkgerät, was wir finden sollten? Ja, ne? Ich denke. Sie aufsetzen? Ne, ich find sie gerade gar nicht. Wo ist denn das Scheißding? Hier, defekte Maske. Ne, ich kann damit nix machen. Was hat denn das Ding? Was hat denn das Ding? Perfekt, um unerkannt zu bleiben. Äh, mit etwas Mühe ist das Ding wieder neu. Ja, okay. Also, das müssen wir bestimmt irgendwie... Ja, äh. Ja, quatschst du mal mit dem Ding. Komm rüber! Und los! Okay. Dann haben wir mit Jack gesprochen. Okay. Wir haben ja trotzdem noch diesen Carnival-Step töten. Ja, aber... Und wir müssen die Schelle noch finden. Schelle würd ich auch gerne noch finden. Ja, müssen wir ja auch. Also, wir müssen doch mal wieder ein bisschen die Häuser mit durchgucken. Ja, aber eigentlich ist das ja immer ein Ausrufezeichen bei den Dingern, die... Dann hier einen bunten Stoff nochmal. Okay. Und dieses Türenknacken, ey. Ja, ich muss unbedingt auch diesen Schraubendreher mitnehmen, sonst kann ich irgendwie auch keine Schlösser knacken. Ja, ich muss das erst mal noch skillen. Ich muss mich immer durchschlagen. Ich werde immer dir, Jack steht da unten in der Meute. Meinster Carnival-König. Ja, ja. Ah! Hecker! Oh, ich muss noch anladen. Auf, Großer! Alter, die Scheißvieger halten auch immer mehr aus, ne? Aber macht irgendwie selbst nie mehr Schaden. Also, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich sehe nicht irgendwie einen Schadenszuwachs, den ich mache. Geh mal hier rein. Du bleibst mal hoch. Ich halte hier mal noch die Stellung. Falls noch wer kommt. Ich höre zumindest noch wieder, aber... Das Sound ist auch noch da, aber... Oh! Uff! Was denn los? Ähm... Trompeten gefunden? Ah! Hilfe! Ja, lauf weg, wenn sie da noch gehen. Ich glaube, ich habe ein, zwei Leute getriggert. Leicht. Oh, jetzt ist Karnevalszug. Jetzt ist der Karnevalszug. Ja. Pass auf, von unten kommt wieder ein dicker. Oh, hinten noch dann eingespründet? Ja, da ist er. Würde aber überhaupt, das ist er. Das sieht dann auch aus. Uuuuuh! Die rennen einfach erst mal. Ein Stück. Das ist viele. Achten scheiße. Wuuuh! 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 Alter! Ich laufe! Alter, ist der Karneval könnte ich schnell! Und noch, und, und noch ein Hund hinter mir! Ernsthaft? Alter! Alter, guck mal, der ist anders als einmal dreißig. Faffi! Nein! Mein Ausdauer! Ist relativ tot! Uuh! Okay, lass uns hinten den Ausdauer regenerieren! Ah, ich hab den König hinter mir! Ah! Nein! Ich liege! Kacke! Ja, wir nehmen dich mal wieder! Ich liege, glaub ich kann ja, der... Äh, oder schließe, ja, schließe mal so lange, du kann nicht. Die Gegner tot wie möglich sind. Es reicht eigentlich, wenn ich auf diesen Karnevals-Typen schieße, ne? Wenn ich an ihn rankomme. Alter, was hält denn da bitte wieder aus? Oder schließe, wenn die Zombie ist auch okay. Musst du grad nicht nachladen? Ja, jetzt bin ich tot. Nee, da muss ich irgendwie nicht nachladen. Das geht davon, was du wärst mir gelaufen. Ich stehe hier unter. Also ich glaube, ich hab die alle ganz gut angehittet. Okay, jetzt läuft er langsam wieder zurück mit deiner Kuh. Achtung, Achtung, Achtung! Hab' mir auch noch mal eine mitgegeben. Ich versuch' die Zombies hier ein bisschen zu... zu töten. Okay. Fahrzombies hab' ich schon tot. Leg' dich hin, mein Freund! Ja, komm, König! Was hält denn da aus? Ich mach' den volligen 198 Schaden, ey. Ich hab' auch keine Anzeige, ne? Wie viel... Uh! Schellen, aber er hat die Schellen, alles klar. Na gut, wir sind durch! Und nur mit einem Tod, ey. Das ist voll überwurte. Gibt's mal. Gibt's wenigstens volle IP. Na dann, Abzug zum Camp. Gibt's mal alles. Blechplatte, Nagelschachtel, Silbermedaille... Alter! Ja, ganz viel Scheuch! Scheuch! Und ich... Schon Scheuch, Junge! Alter! Uuh! Uuh! Den schon wieder. Demdem! Ah, die Wasserflasche brauch' ich! Uuh! 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 Nein, okay. Räder nicht mehr. Einmal hoch. Uuh! Uuh! Ich weiß ja wieder, wie wir was tun, äh. Naja, erstmal alles los werden wieder. Tsche. Hinten. Ja. So. Lalalala. Leere Flasche weg. Geld weg. Am Reifen weg. Zweimal Kupfer pro Saune, Alter. Oh. Oh. Bestimmt alles einschmelzen, wa? Ja, 100 pro. Hm. Okay. So viel Stoff, aber keine Heilpflanze. Ja, wieder zufällig mir rum. Ah, hier. Oh. Kannst du mir kurz helfen? Wollt mir nur eine Heilpflanze holen, dann hab' mich aber hier dieses Zombie-Carnicle angegriffen. Hinten Mö? Hinten einen Moment. Ja. Bin ja aber noch mal verpuffen, nach dem Jungen. Hinten schön. Ach, so. Oh. Find' es immer interessant, dass die Tiere Silberkugeln liegen lassen. Ja, keine Ahnung. Ah, so. in der machen pfeifen uns davon gleich mal noch ein so herrlich dann gucken wir gleich noch mal ob man hier noch irgendwas machen können aber wieder einen weißen tee machen sehr schön ach siehst du mal gucken ob ich jetzt mal hier aber auch was einschmelzen kann dann und zwar ist das normale gießerei genau schon mal ein bleiband machen das klingt ja wir brauchen echt bei diesen kack was der stein zum aufleveln wir sollten nach mal suchen ich glaube ich weiß wo einer ist aber ich würde sagen das machen wir alles in der nächsten folge dann oder ja denke ich auch in diesem sinne bis zum nächsten mal